Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Stunde zum Thema des Jakobusbriefes. Die heutige Betrachtung ist überschrieben, unseren Glauben zu vervollkommenen. Und wie das geht, wollen wir in der heutigen Betrachtung sehen. Ich möchte aber, bevor wir zum Thema kommen, noch mal kurz zusammenfassen, was wir letzte Stunde vom Jakobusbrief gelernt haben. Ich möchte noch mal klar machen, welche sind die Ziele dieses Briefes. So, lasst uns schauen, dass der Autor ist Jakobus, der Bruder des Herrn, aber er nennt sich ein Knecht Gottes und ein Knecht Jesu Christi. Er schreibt an die zwölf Stämme Israels, nicht an fünf, nicht an zehn, sondern die zwölf Stämme Israels. Und das Ziel, warum er schreibt, ist, damit diese Erstlinge der Schöpfung Gottes werden. So, er will also ganz klar vorausschicken, warum er schreibt. Und es ist so wichtig, dass man, wenn man einen Brief betrachtet, dass man seinen Zweck und seinen Sinn sieht. Ja, er bespricht Themen, die allgemein sind für das christliche Leben. Dennoch, wenn man weiß, welches Ziel er verfolgt mit dem, was er geschrieben hat, sieht man den tieferen Sinn. Weil die Erfahrung, von der der Jakobus in diesem Brief schreibt, ist eine, die zurichtet denjenigen, der es befolgt. Das geht weit hinaus über das, was, ich sage jetzt mal, allgemein christliches Leben bedeutet. So, es geht also um eine tiefere Erfahrung, wenn man Erstling sein will, wenn man Erstlinge der Kreatur Gottes werden soll, wenn man das Ziel hat, unter die zu kommen, die als Erstlinge von der Erde erkauft, sind nämlich aus den zwölf Stämmen Israels jeweils zwölftausend an der Zahl, die versiegelt werden für diese Erstlingsfrucht. So, deshalb wollen wir immer, wenn wir diesen Brief studieren, dieses Ziel nicht vergessen, es geht um eine Ausbildung, es geht um eine Erfahrung, die eine Gruppe von Menschen braucht, die mehr ist, als nur der Alltag im christlichen Leben. Es kann nicht jeder im Militär zu einer gewissen Gruppe gehören. Jeder wird entsprechend der Befähigung oder dessen, was er gelernt hat, eine Verantwortung gegeben oder nicht. Und hier geht es um die größte Verantwortung, die je einem Menschen gegeben wurde, zu lernen, nämlich Gott darzustellen in der schwierigsten und wohl nie begegneten Zeit bis dahin, in den sieben letzten Plagen ein Volk Gottes zu haben, das untadelig vor ihm steht. Deshalb ist auch das Thema, das wir heute haben, unseren Glauben zu vervollkommenen. So, wir haben gesehen, die Themen hier, die im Wesentlichen da sind. Und jetzt wollen wir uns zu diesem heutigen Thema wenden, um zu schauen, was lehrt uns der Herr durch den Jakobus. Es war kurz nach meiner Bekehrung. Ich weiß nicht, ob zehn Tage vergangen waren. Da war ich eines Morgens und hatte meine Zeit mit Gott und ich hatte die Bibel aufgeschlagen und habe Gott gebeten, zu mir zu sprechen. Und ich las hier im Jakobusbrief ab Vers 2. Und dort stand geschrieben, meine Lieben, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren, wir haben gesehen, das standhafte Ausharren ist Geduld. Und dieses standhafte Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedriggestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit, denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen, denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das war der Abschnitt, den ich las an dem Morgen und ich verstand ihn nicht. Und was ich damals schon tat und auch heute noch immer tue, wenn ich etwas nicht verstehe, so gehe ich ins Gebet und bitte Gott, es mir zu erklären. Dann lasse ich den Abschnitt am nächsten Tag wieder und wieder verstand ich nicht. Ich war so glücklich in meiner ersten Erfahrung mit Gott nach meiner Wiederbekehrung und hier stand dann, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtung geratet. Und alles, was ich dachte, einem Spaß machen könnte, sei Anfechtung. Und dann las ich es am dritten Tag erneut und ich war ein wenig durcheinander, weil ich nicht wusste, was will mir Gott hier sagen. Aber ich musste nicht lange warten. Ich weiß es nicht mehr, waren es zwei oder drei Tage später. Da kam die grösste Anfechtung, die ich bis dahin bewusst wahrgenommen hatte in meinem Leben. Und als die Anfechtung kam, sie kam wie ein Blitz, sie kam unerwartet, sofort erinnerte mich der Geist Gottes. Das ist das, was du gelesen hast. Und dann nahm ich die Schrift und sagte, okay, Gott wusste es. Und dann habe ich angefangen, diesen Abschnitt in meinem Leben zu sehen. Und ich muss sagen, dieser Abschnitt begleitet mich seitdem, weil Anfechtungen kommen. Und sie irgendwann mal gehen sie wieder, aber dann oder während die eine noch ist, kommt die nächste. Und warum hat man diese Anfechtungen? Ich hatte und empfand sie nicht als Freude. Aber ich kann sagen aus der Erfahrung der letzten elf Jahre und etwas, dass die Anfechtung zu allen meinen Gunsten war. Alle Anfechtungen waren zu meinen Gunsten. Und ich habe Dinge gelernt, die ich sonst hätte nie lernen können. Und ich bin heute dankbar, weil dieser Vers 5 wurde mir zur Basis meiner Beziehung zu Gott. Ich verstand erst an dem Abend, als die Anfechtung kam und ich mir diesen Text wieder nahm und sagte, okay, was hat mir hier Gott gesagt? Was wollte er mir erklären? Da stand in Vers 5, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Und dann fiel es mir ein, während ich betete, ich brauche Weisheit in der Anfechtung. Jetzt muss ich wissen, wie muss ich handeln, damit ich nicht falsch handele. Weil eine Anfechtung kann einen in eine sehr gute Position bringen, wenn man richtig handelt. Und eine Anfechtung kann einem sehr, sehr Probleme machen, wenn man sie nicht mit Weisheit von oben angeht. So, in meiner Erfahrung ist dieser Text und auch die Texte, die danach kommen, des Zweifelns, habe ich alles in Teilen schon mitgemacht und konnte aus den Erfahrungen lernen. Wenn man Gott etwas fragt und er gibt dir eine Antwort, dann tust du es. Dann zweifelst du nicht, ob das Gott war oder nicht. Dann musst du wissen, okay, ich muss es sehen, weil der, der zweifelt und nicht tut, was Gott ihm dann auf Bad hat zu tun, der meine nicht, dass er in der Anfechtung vom Herrn etwas bekommt. Ein Mann mit geteiltem Herzen, der Luther sagt, der, der unbeständig ist, ist wie eine Woge, die hin und her geweht wird vom Wind und er ist unbeständig auf allen seinen Wegen. Und gerade das ist es, was Gott möchte, dass wir es nicht sind. Wenn er uns vorbereiten will für die schwierigste Zeit, die es je geben wird auf Erden, dann ist es nicht verwunderlich, dass der Jakobus direkt zum Thema kommt. Und was ich am Jakobus Liebe ist, er hat nicht so viele Worte, er hat nur fünf Kapitel geschrieben, aber sie sind, wenn man so will, Dynamit, sie sind zum Punkt. Und ich wünschte, ich könnte auch mich immer so kurz fassen, wie er das getan hat. So, kommen wir zum Bibeltext. Dort steht, dass es eine Kaskade gibt, das heißt, es gibt einen Ablauf. Als erstes in der Kaskade kommt die Anfechtung. Versuchung oder Versuchung. Diese ist der Punkt Nummer eins. Und ich soll dieses als eitel Freude sehen. Das ging mir nicht hinein. Ich kann heute im Nachhinein, ja, die Anfechtung als Freude sehen. Und ich übe es, dass ich die Anfechtungen, die auf mich kommen, sage, okay, sie sind gut. Das heißt, sie bringen mir einen Vorteil. Deshalb kann ich sie als Freude sehen. Aber Anfechtung und Versuchung ist auf den ersten Blick weit entfernt, dass ich Freude daran habe. Weit entfernt. So, dennoch, ich konnte auch damals nicht Freude empfinden, aber ich möchte es auf jeden Fall lernen. So, aus der Anfechtung, die Anfechtung führt zu einem zweiten Punkt. Sie prüft nämlich den Glauben. Er sagt so in seinem Text, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glauben standhaftes Ausharren bewirkt. Das heißt, es prüft den Glauben. Es sieht, ob der Glaube etwas hält, ob der Glaube bewährt ist, ob der wirklich etwas aushalten kann. Und ist, prüft den Glauben und ist der Glaube geprüft, dann bringt er als Folge die Geduld. Oder wie die Schlacht übersetzt, das standhafte Ausharren und Geduld, kann man auch übersetzen, darunter bleiben. Und diese Geduld muss aus dem Glauben entstehen und kommen. Und was bewirkt diese Geduld als Endergebnis? Wenn wir es hier sehen, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren oder Geduld bewirkt. Die Geduld, das standhafte Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben. Das heißt, die Geduld muss zu einer Vollkommenheit führen. Das heißt, sie bewirkt ein Werk, sie führt zur Vollkommenheit und, oder zu einem vollkommenen Werk, damit ich, das heißt, damit ich vollkommen werde, das heißt, es steht hier, damit ihr vollkommen und vollständig seid. Und das Wort hier vollkommen, kann man auch nennen, ausgereift. Und weil es um Erstlinge geht und weil es um die Reife geht, dass jemand reif wird, weil die Ernte wird eingefahren, wenn man reif ist. Deshalb muss ich ausgereift, ausgereift ist vollkommen. Wenn die Frucht ausgereift ist, dann ist man vollkommen und vollständig. Und damit er es ganz klar nochmal macht, ohne, ohne Mangel, ohne Mangel. Das ist, was dieses Werk der Anfechtung, wenn der Glaube gut ist und bewährt, dann kommt Geduld daraus. Das ist ein, das schafft dann ein vollkommenes Werk. Und das vollkommene Werk ist die Ausreifung meiner selbst. Das bedeutet, ich werde vollständig und Mangel gibt es keinen mehr. Das ist aufs Kürzeste der Weg dargestellt, wie das Leben eines Christen letztendlich aussieht. Und insbesondere derer, die durch eine Zeit gehen müssen, wo sie die grösste Anfechtung haben, die grösste Schwierigkeit. Aber sie sind es ja gewohnt. Sie haben gelernt, dass die Anfechtung eine Freude ist oder dass sie Freude bringt. So, wir brauchen also einen Glauben, der die Anfechtung überwindet. Weil wenn der Glaube nicht gut ist, kommt es nicht zur Auslebung der Geduld. Wenn der Glaube also nicht ein Werk vollzieht, als Folge auf die Anfechtung, dann ist das Ganze nicht effizient und effektiv. Und der Jakobus oder Gottesgeist, Gott durch den Jakobus, versucht uns deutlich zu machen, dass der Glaube muss ein Werk in uns vollbringen, aufgrund der Anfechtung, die auf uns zukommt. So, betrachten wir von dieser Kaskade her den Grund der Anfechtung. Warum wurde ich gleich nach meiner neuen Bekehrung von Gott so, ich sage jetzt mal, in die Ausbildung genommen? Warum entstand denn? Warum kam ich zu den Anfechtungen? Und ich lese hier aus dem Buch vom Berg der Seligpreisungen, auf Seite 24, es geht bei der zweiten Seligpreisung, wo steht, selig sind der Leidtragenden, da steht es so, Seite 24. Die Prüfungen des Lebens sind Gottes Arbeiter, die von unserem Charakter alle Unreinheiten und Rauheiten entfernen sollen. Ihr Behauen und Meißeln, ihr Glätten und Polieren ist immer schmerzhaft. Es ist hart, wie ein Stein geschliffen zu werden, aber der Stein geht aus allem diesem wohl zubereitet hervor, um seinen Platz im himmlischen Tempel auszufüllen. Auf nutzloses Material verwendet der Herr keine so sorgsame, gründliche Arbeit. Nur seine köstlichen Steine werden der Würdigkeit des Platzes gemäss geschliffen. Der Herr will für alle wirken, die auf ihn vertrauen. Köstliche Siege werden von den Getreuen errungen, kostbare Lehren gelernt, herrliche Erfahrungen gemacht werden. Gott nutzt also die Anfechtung, um etwas zu erreichen, was er ohne Anfechtung nicht erreichen könnte. Wenn wir frisch zum Glauben kommen, sind wir zwar ein neugeborenes Baby, aber wir sind ziemlich blind gegenüber uns selbst. Wir haben keine Ahnung, wie schlicht und schlimm unsere Herzen sind. Wir leben und sind glücklich, dass wir gefunden haben, den Erlöser. Aber wir haben kaum eine Idee, dass wenn wir eines Tages Wirkliches schaffen sollen, erlöst zu werden, ja, dass wir am Ende bewährt sind, so wie der Jakobus hier schreibt, der sagt, der, der die Anfechtung erduldet bis ans Ende, der bekommt die Krone des Lebens. Das heißt, wenn wir neu geboren werden, sind wir ein ungeschliffener Stein. Unser Charakter ist noch genauso schlimm wie vor der Neugeburt. Wir kommen jetzt nur, wenn man so will, durch die Neugeburt in eine Werkstatt. in der Gott uns jetzt vorbereiten möchte für sein Reich. Und diese Vorbereitung kann er nicht machen ohne Schwierigkeit. Wie gut passt es, was sie hier weiter unten schreibt. Der Herr sagt, welche ich lieb habe, die Strafe und züchtige ich, zu seinen fleißig und tue Buße. Das sind die Worte an Laodizea, der letzten Gemeinde, die wir ganz genau kennen. Christus richtet das geängstigte Herz auf und läutert die trauernde Seele, bis sie zu seiner Wohnung wird. Aber wenn Trübsale über uns kommen, wie viele von uns sind dem Jakob gleich. Wir glauben, es komme von einer Feindeshand und kämpfen in der Dunkelheit dagegen, bis unsere Kraft dahin ist und wir weder Trost noch Linderung finden. Ist das nicht unsere Erfahrung? Jakob offenbarte die göttliche Berührung bei Tagesanbruch denjenigen, mit dem er gestritten hatte. Der Engel des Bundes. Und weinen und hilflos sank er an die Brust der unendlichen Liebe, um den Segen zu empfangen, nachdem seine Seele verlangte. Auch wir müssen lernen, dass Leiden Wohltaten sind und die Züchtigungen Gottes nicht verachten oder schwach werden, wenn er uns heimsucht. Selig ist der Mensch, den Gott straf wird, steht hier. Er verletzt und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Aus sechs Trübsalen wird er dich erretten und in der siebten wird dich kein Übel rühren. Das steht im Hiob. Er ist unser Beispiel der Geduld eines Menschen. Ihn zu jedem Bedrängten kommt Jesus, um ihm zu helfen. Trauer, Schmerz und Leiden können uns durch die Offenbarung seiner köstlichen Gegenwart sehr erleichtert werden. So, was ist also der Grund der Anfechtung? Wir selber müssen erkennen unsere Not. Und die größte Schwierigkeit, die Gott hat, ist uns unsere Not zu zeigen. Unseren Charaktermangel zu sehen, weil wir sehen uns mit unserem eigenen bösen Auge als gut und richtig und fein an. Aber die Prüfung wird zeigen, wer wir wirklich sind. Und so, lasst uns betrachten, was ist es, was in unserem Charakter, in unserem Leben offenbar werden muss durch die Anfechtung. Die Anfechtung Die Anfechtung Offenbart Die Anfechtung offenbart meinen Mangel Sie offenbart meinen Mangel, damit ich mir Rechenschaft gebe, dass er da ist und damit ich etwas unternehmen kann, durch den Glauben, diesen Mangel zu beheben. So, lasst uns sehen, der Mangel, den wir haben, ist geschrieben in unser Herz. Wir haben ein böses Auge. So sagt, die Schrift im Herzen ist das böse Auge. Und dieses böse Auge sagt mir, du bist wer? Du bist reich, du kannst und du besitzt. So, Stolz und Egoismus sind das, was unser Leben bestimmt. Das ist dieses böse Auge in unserem Herzen. Das letztendlich an der Basis hier die Idee hat, Ich bin Gott. Ich bin Gott. Das denkt jeder neugeborene Christ, weil er kennt sich ja nicht. Er denkt, in seinem Leben ist alles gut. Aber er weiß nicht, dass es nicht so ist. Er denkt, die Dinge sind in Ordnung. Er ist ja jetzt neugeboren, er ist jetzt zu Christus gekommen. Und wie viele gibt es heute, die meinen, sie sind mit der Neugeburt schon erlöst? Ihr Herz ist schon umgewandelt. Wie wenn das in einem Augenblick geschehen könnte, ohne uns, mystisch. Nein, was der Herr umwandelt in einem Augenblick, ist unsere Vergangenheit. Das heißt, in meinem Herzen hat er durch meine Neugeburt meine ganzen Süchte auf einmal abgeschnitten. Das ging sofort weg. Aber ich hatte doch noch kein anderes Herz. Ich wusste nicht, wie neidisch, wie eifersüchtig, wie kämpferisch ich war gegenüber anderen Menschen. Und so brachte mich Gott in die Not. Er musste es tun, er musste mir bewusst machen, ich bin nicht am Ende meines Weges, ich bin erst am Anfang. Und er musste mir klar machen, welche grossen Mengen ich habe. Das kann er nicht beibringen durch Worte. Er kann nicht sagen, na schau, hier hast du ein Problem, Horst, das müsstest du erledigen, weil ich könnte es ja gar nicht sehen. Ich muss in der Anfechtung, muss ich erkennen, welchen grossen Mangel ich habe. Und dann rennen zu Gott, damit dieser Mangel behoben wird. Sonst bleibe ich ja damit. Sonst bleibe ich im Betrug. Der Jakobus spricht, dass der Mensch sich selbst betrügt, wenn er nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter. Es ist ein Selbstbetrug. Gott hat keine Wahl. Die Blindheit über mich selbst ist maximal. Ich bin so wie Petrus. Ich denke, alles ist okay. Ich werde für den Meister sterben. Ich denke, ich könnte es alles richtig tun. Aber bei weitem, bei weitem ist es nicht so. So, die Anfechtung hat als erstes, der erste große Sinn der Anfechtung ist, meinen Mangel zu offenbaren. Offenbart, meinen Mangel. Aber die Anfechtung hat noch einen zweiten Aspekt. Wenn der Mangel behoben ist, dann führt die Anfechtung sozusagen dazu, dass man gefestigt wird in dem, was man gelernt hat. Sie prüft einen, ob man feststeht. So, am Anfang offenbart sie mir den Mangel. Wenn der Mangel behoben ist, kommt die Anfechtung erneut, um zu prüfen, ob ich jetzt in dieser Sache wirklich stehe. Und so ist das ein zweifaches Werk. Denn am Anfang werden die Mangel offenbar, wir machen in der Anfechtung viele Fehler. Bis wir dahin kommen, dass die Anfechtung, die wir überwunden haben durch den Glauben, wenn sie erneut kommt, uns nur noch festigt. Das heißt, aha, diese Elektion haben wir gelernt. Hier stehen wir fest. Hier sind wir nicht mehr beweglich. So, deshalb wird der Feuerofen der letzten Drangsaal, durch die die 144.000 gehen, nicht mehr ihren Mangel zeigen, sondern ihre Vollkommenheit. Sie haben aus den vielen Prüfungen, durch die sie gegangen sind, den Mangel behoben. Und egal, wie stark die Anfechtung ist, egal, wie groß die Auseinandersetzung sein wird, sie haben ihre Hausaufgaben alle gemacht. und stehen, ohne gerüttelt werden zu können, ohne zur Sünde verführt werden zu können, ohne in irgendeine, wie soll ich sagen, Neigung zu haben, zu sündigen. Sie werden durch die schlimmste Zeit gehen. Aber diese Läuterung, diese Zeit der Trübsal, der Angst in Jakob, die beschrieben wird durch diese Nacht der Trübsal, sie wird sie nur zum Sieg auserkoren, weil sie werden genauso kämpfen. Sie werden in der Anfechtung bestehen, weil sie keinen Mangel mehr haben, weil das Werk des Glaubens hat alles gemacht, sie sind zur Geduld gekommen und in der Geduld haben sie gesiegt. Null Mangel, die letzte Anfechtung wird offenbaren, die Festigkeit, die Standhaftigkeit, die Geduld der Heiligen. Aber am Anfang ist es nicht so. Am Anfang, wenn wir lernen und in die Anfechtung kommen, da fallen wir mannigfaltig und fehlen, damit wir überhaupt sehen, wo wir stehen und wie wir sind. Wo ist denn der Gewinn, wenn man so will, der Geduld? Ich habe mir Gedanken gemacht, was bedeutet Geduld? Warum ist sie für die Menschen so wichtig? Und warum ist sie sozusagen das Mittel, wodurch der Heilige, der es durch die Gnade Gottes schafft, geduldig zu sein? Worin liegt die Macht der Geduld? Das heißt, was ist sie? Und hier möchte ich, dass wir uns ein wenig Gedanken machen. Und hier hilft uns wiederum die Erklärung des Wortes Geduld, standhaftes Ausharren oder Darunterbleiben. Wenn wir in Anfechtung sind, so ist das Erste, was wir wollen, ist, dass die Anfechtung schnell vorübergeht. Als meine erste Anfechtung kam, dann hätte ich es gewollt, dass sie schnell vorübergeht. Nun, sie war einen Monat lang und ich musste schauen, erfüllt sich Gottes Wort in dieser Zeit oder nicht. Ich ging durch diesen Monat durch die Prüfung des Zweifels und zweifelte zehn Tage, bis ich mich erholte und sagte, nein, ich bleibe beim Wort Gottes und werde auf Gott hören in der Anfechtung. Ich werde nicht meinen Plan ausführen. Ich werde nicht versuchen, mich aus der Anfechtung selber rauszuholen. Ich werde auf Gottes Wort Schritt für Schritt hören, so wie ich ihn gebeten habe, dass ich nicht unternehmen werde in der Anfechtung, es sei denn, ich habe verstanden, es kommt von ihm. So, die Anfechtung ging vorüber nach einem Monat. Aber sie kam bald wieder. Und sie kam in einem Gerichtsverfahren. Und es war eine Zeit nach meiner Bekehrung, nach einigem, nach einem halben Jahr. Da war ich in zwei Gerichtsverfahren hineingebracht. Und es kam ein halbes Jahr und ein Jahr später noch das dritte Verfahren dazu. Ich hasse Gericht. Ich hasse mich irgendwo zu verantworten oder dahin zu gehen und mit jemandem zu kämpfen. Aber ich hatte ja keine Wahl. Ich wurde verklagt, so musste ich mich dort hinstellen. Es waren keine einfachen Sachen, die dort auf mich zukamen. Der eine Konflikt war, dass mein Vermieter von mir mehr als 20.000, 23.000 Euro wollte, weil er dachte, ich hätte ihm Schäden gemacht an seinem Haus. Und der andere Prozess war der unserer Pflegeeltern, die uns anklagten, wir hätten die Kinder missbraucht, nicht körperlich, aber geistig manipuliert. Und so standen wir dort und hatten Anfechtung. und ich habe nicht gut reagiert. Ich habe im Gerichtsverfahren, ich dachte, das geht schnell mit meinem, mit dem Vermieter, wo wir vorher gewohnt hatten, aber ich komme zur ersten Verhandlung und ich denke, in der ersten Verhandlung muss das zu Ende gehen. Aber der Richter sagt, naja, es ist noch nicht, die Anklage ist nicht begründet, aber er gibt noch mal dem Ankläger drei Monate Zeit. Und ich denke, was? Drei Monate? Und dann treffen wir uns nach drei Monaten und dann wird die Sache wieder verschoben in drei Monaten, weil die Anklage immer noch nicht begründet war. Und dann nach einem Dreivierteljahr fängt man an, die Zeugenaussagen zu nehmen, obwohl die Anklage laut dem Richter noch nicht begründet war. Und das hat meinen Geist völlig durcheinander gebracht. Und ich sagte, ich muss doch hier irgendwie eingreifen, das kann doch nicht sein, dass ein Richter das ständig verschiebt. Und so kam ich in einen Konflikt mit dem Richter. Und ich benutzte sogar einen Bibeltext, um ihm ein bisschen zu zeigen, wo der Weg lang geht. Ah, klug? Reichtum oder Mangel? Oh, ich musste es schmerzhaft lernen. Ich musste es schmerzhaft lernen. Dieser Richter bekam eine Freude. Jetzt nicht, dass er Freude hatte daran, aber bei fast jeder bei jedem Treffen. Und das Gericht ging über drei Jahre. Ach, wie schlimm. Ich hätte gewollt, einmal und es soll vorbeigehen. Aber nein, es ging drei Jahre. Und das erste Mal und auch am Schluss versuchte der Richter und er fand Mängel an mir und er sagte sie mir, meistens am Ende der Sache und der traf mich ins Herz und ich, es tat so furchtbar weh. Und ich brauchte drei, vier Tage, mich zu erholen, draußen im Wald und mit Gott zu kämpfen und zu sagen, Herr, was soll das? Oh, im Nachhinein, jetzt, wenn ich zurückblicke, denke ich, Mei, wie weiser ist Gott. Wie wunderbar hat er die Dinge gelenkt. Mein Mangel kam hervor wie noch nie. Aber es brauchte anderthalb Jahre, bis ich einverstanden war, dass man mir Unrecht tut, zumindest theoretisch. Und nach drei Jahren, als das Gerichtsurteil kam und der Richter mich zu einer Strafe verurteilte, die er sich irgendwo begründet hat, natürlich gut, die nicht 23.000, weil das war ja nicht begründet, aber er hatte mir 7500 angefunden, wo ich angeblich Schäden gemacht hätte. Und das eine große Posten von 5000 Euro war, dass ich Parkett gelegt hatte in der Wohnung und der war natürlich gelegt wie von einem, der das nicht professionell macht. Dennoch war es okay, aber an den Ränden, das Schleifen und so weiter und das Parkett liegt auch heute noch, soviel ich weiß, in der Wohnung, niemand hat es rausgerissen, aber der Richter hat mir 5000 Euro gesagt, das ist Schaden, das muss behoben werden, 230 Quadratmeter müssen rausgeholt werden und neu gemacht. Und so kam dann, weil hätte er den Posten nicht gehabt, hätte er ja das Ganze freisprechen müssen. Aber es war für mich eine große Lehre. Aber ich habe immer noch nicht aufgegeben, als dann mein Vermieter in die Berufung ging, ging ich mit und sagte, jetzt wird mir Gerechtigkeit getan, aber die Richter vom Landesgericht haben gesagt, das erste Urteil war gut und gut begründet, gründlich gemacht und jeder muss seine Sache zahlen. Und so stand ich da und ich habe viele Fehler gemacht während dieses Verfahrens. Und jetzt war das zu Ende und ich habe gesagt, gut, das ist ja Gottes Geld, wenn er mir Geld gibt, dann zahle ich das. Aber was mich betrübte, wo ich Rückblick fand, war, dass ich so Fehler gemacht hatte. Ich habe angeschuldigt, ich habe mich unschön gewährt. Und so, wenn man Fehler macht und sie erkennt, dann muss man diese auch bekennen. und so habe ich mich beim letzten Treffen auch beim Richter entschuldigt und bei meinem Gegner, dem habe ich einen schönen Brief geschrieben und alle meine Fehler, die ich so bewusst war, die ich getan hatte, bekannt. Nicht so einfach, aber sehr heilsam. die Anfechtungen sind da, damit wir unseren Mangel erkennen und sie müssen lange gehen, damit sie Erfolg haben. Seit 2007 kam ich in meiner Praxis ins Minus und bin durch große Dinge gegangen, wo ich dachte, die Praxis wird es nicht schaffen und ich muss sagen, jetzt sind es seit 2007 Oktober ungefähr, ja, jetzt sind wir auch genau fünf, nein, ja, sieben Jahre danach und ich bin immer noch nicht hundertprozentig frei, wie es der Praxis gehen wird. Manchmal kommen mir Gedanken der Sorge und ich sage mir, Herr, das kann doch nicht sein, es sind sieben Jahre, kann man das nicht lernen, sorgenfrei zu sein in einem Jahr und zu sagen, alles, der Glaube ist bewährt, der Glaube ist vollkommen, der Glaube ist gut, ihr müsst wissen, der Glaube wächst, der Glaube ist eine Pflanze, die wächst, die ist klein und winzig, wenn wir in den ersten Anfechtungen sind und er wird immer größer, immer größer, bis wir es völlig überwunden haben, bis jedes finanzielle Problem uns nicht mehr in eine Sorge führt, weil wir wissen, wir haben sieben Jahre Erfahrung oder zehn oder wie viel auch immer mit unserem Herrn, dass er das Ganze trägt. Man merkt, das Herz betrügt einen immer noch, man stützt sich immer noch auf sich selbst, man stützt sich immer noch auf das, was man selber tun kann, man stützt sich auf ein Konto, man stützt sich auf ein Einkommen, anstelle dass man doch gelernt hat, in sieben Jahren völlig zu vertrauen. Oh, sicherlich ist mein Glaube gewachsen in dieser Zeit, aber er ist noch nicht vollkommen. Ich merke, wie es mich berührt und zieht, wie ich nicht noch nicht in dieser Sache frei bin und Gott sei Dank ist er ja ein guter Gott, der entsprechend unserem Wachstum die Anfechtung vorwärts bringt. Anfechtungen haben nur Erfolg, wenn sie lange gehen, lernen. Weil wir lernen nicht schnell, zumindest ich würde ich sagen, ich lerne nicht schnell, aber ich habe aus der Erfahrung mit meinen Patienten gesehen, dass auch sie durch langwierigere Schwierigkeiten gehen und es nicht alles so schnell behoben wird. Und wie gut ist es dann, wenn man im Glauben sagt, okay, die Anfechtung ist gut, sie offenbart meinen Mangel und ich bin ungeduldig in der Anfechtung, weil ich möchte doch, dass das endlich mal erledigt ist. Ja, ich will nicht, dass die Anfechtung erledigt ist. Ich möchte, dieses böse Herz, ich möchte, dass dieses böse Auge vernichtet wird. Und die Geduld, die Geduld ist das Merkmal, was beweist, dass das Ich und das böse Auge tot ist. So, das böse Auge will sich immer wehren, das böse Auge will gegen die Anfechtung angehen und derjenige, der aber in die Geduld gekommen ist, der drunter bleibt, der sich nicht mehr anhebt und sagt, ich will die Umstände ändern. So, der Fehler in der Anfechtung, den wir tun, der Fehler in der Anfechtung ist gegen diese kämpfen. Wir kämpfen gegen die Anfechtung, wir denken, die Anfechtung ist das Problem. Das Problem ist nicht die Anfechtung. Ich kämpfe gegen Umstände und will diese verändern. Ich halte es nicht mehr aus, sagt der Mensch, mit dieser Person oder ich halte es in diesem Umstand nicht mehr aus. Man kommt in der Anfechtung dahin, dass man mit seinem blinden Auge die Umstände sieht, die Anfechtung sieht und Wum dagegen vorgeht. Man ist ja jetzt, Gott, man kann was tun, man muss die Anfechtung bekämpfen. Das ist der Fehler in der Anfechtung, ist gegen die Anfechtung zu kämpfen. Was ist richtig in der Anfechtung? Richtig in der Anfechtung ist seinen Mangel zu erkennen und den zu beheben. in sich selbst beheben. Wenn ich nämlich keinen Mangel in mir habe, dann ist die Anfechtung zwar da, aber ich stehe wieder eins. So, der Grund der Anfechtung ist also mich zu verändern. Nicht, dass ich die Anfechtung loskriege. Nicht, dass ich meine Umstände endlich ändere. Nicht, dass ich doch endlich das Ganze behoben haben will. Das ist falsch. Nicht gegen den Engel des Bundes kämpfen wie der Jakob, sondern sagen, okay, hilf mir, segne mich, ich muss mich verändern. und die Geduld ist der Beweis, dass das Ich behoben ist. Das heißt, ich bleibe drunter, ich will nicht mehr managen. Die Umstände, das Umfeld ist Gottes Sache, nicht meine. Ich bin nicht zuständig für das, was außerhalb von mir passiert. Ich muss zuständig sein, nur für mich selbst. Aber da muss ich meinen Mann stehen. Und wenn ich aber in der Anfechtung gegen andere vorgehe, gegen die Umstände, wenn ich die Gemeinde verändern will, dann gehe ich in die falsche Richtung. Dann nutzt mir die Anfechtung nicht. Sie muss mich verändern. Sie muss meine Mängel beheben. Und das Ende, die Geduld, die Geduld führt dazu, sie ist der Beweis, dass das Ich tot ist. Weil jede Ungeduld, jede Ungeduld, Und was ist Ungeduld? Zorn, Wut, Unzufriedenheit. Wir haben sie alle im Jakobusbrief gesagt, der Zorn macht nicht das, was vor Gott wohlgefällig ist. Ungeduld, wenn man sich über Dinge aufregt, ja, all das ist, Ungeduld, jede Ungeduld, Zorn, Wut, Unzufriedenheit, hier mit dem Anderen, mit sich selbst darf man unzufrieden sein, Unzufriedenheit, Anschuldigung, Schreien, wer auch immer man sich äußert, weggelaufen, Trennung, wer auch immer man es tut, jede Ungeduld, und das ist absolut, jede oder alle Ungeduld hat ihre Wurzeln. Im bösen Auge oder im Ich. Deshalb, das Ich kann nicht drunter bleiben, das Ich kann das Böse nicht zulassen, das Ich kann nicht, wenn man ungeehrt wird, wenn man unzurecht behandelt wird, das kann das Ich alles nicht aushalten, es muss sich dagegen aufbäumen und etwas unternehmen. Die Geduld ist die, wo ich nicht mehr aus mir heraus die Umstände verändere, wo ich aber in den Umständen richtig handle, genauso wie es die Liebe vorgibt. Ich muss die Gebote halten, die Gebote Gottes sind der Ausdruck des Charakters Gottes. Die kann ich nur aus dem Heiligen Geist, die kann ich nur aus einem neuen göttlichen Natur heraus tun. Aber bevor die Natur, die göttliche Natur den Platz einnehmen kann, der Sündigen muss die Sündige sterben. Das heißt, sie muss einfach nicht mehr aktiv sein in meinem Leben. Und so ist, wenn am Ende die 144.000 am gläsernen Meer stehen und man sieht und sagt, dies sind, hier ist die Geduld der Heiligen, hier sind die, die erhalten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu, dann ist es die Gruppe, die durch ihre Geduld, durch ihr darunter bleiben, sie spielen nicht mehr Gott, sie lassen die Dinge geschehen, die nicht in ihrer Verantwortung liegen, wisst ihr, wie unmöglich das ist für jeden Menschen, der mit einem bösen Auge geboren ist, mit einer sündigen Natur, das erfordert, die Anfechtung muss mir zeigen, wo mein Ding falsch ist, meine Sicht falsch ist, damit ich das erledige, damit ich es wegtue, deshalb ist die Geduld der Beweis, dass ich ist tot, ich bleibe darunter, das heißt nicht, dass ich nicht weiß, wie ich handeln soll in der Anfechtung, weil ich habe ja einen Berater, der sagt, du kannst mich um Weisheit bitten, aber ich werde nicht etwas tun, was die Umstände verändern soll, ich werde nicht mit anderen kämpfen, ich werde das tun, genau, wie Jesus es getan hat, als er auf der Erde war, in 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 all seinen Anfechtungen, in all seinen Prüfungen, er wurde genauso geprüft wie wir, aber sein Glaube war vollkommen und er hat uns einen vollkommenen Glauben erarbeitet, den wir auch nutzen können, der auch in unserem Leben wachsen kann, bis die Geduld endgültig erreicht ist. so der Glaube führt, dass ich weiss, okay, das ist nicht mein Bereich, das ist Gottes Bereich, da mische ich mich nicht mehr ein, kommt die Anfechtung, sage ich Gott sei Dank, ich frage nur Herr, wie soll ich mich jetzt hier in dieser Anfechtung verhalten, damit ich nicht Fehler mache, dass ich drunter bleibe, dass ich nicht aufbrauche, dass ich nicht kämpfe dagegen, dass ich mich nicht durchsetze. Wir werden sehen, dass Streit unter den 144.000, dass das Streit für die, die sich vorbereiten, dass Jesus mit ihren Augen zu sehen, ohne zu sterben, dass diese Menschen nicht mehr streiten. Sie sind zur völligen Reifung gekommen und die Reifung bedeutet, dass ich ist ausgelöscht. Deshalb Geduld. so fassen wir zusammen, was wir heute kurz gelernt haben. Wir brauchen eine Anfechtung und Anfechtung haben die Menschen, die von Gott geliebt sind und ich bin sehr geliebt, weil ich habe jede Menge. Aber ich bin Gott so dankbar. Es geht ihm nicht um die Anfechtung, es geht ihm um mich vorzubereiten, es geht ihm um mich aus den Ketten meines Ichs, meine Gefangenschaft rauszuholen und er geht so vorsichtig um, so wie Jesus sagt, der Vater ist der, der schneidet die Rebe am Weinstock, damit sie mehr Frucht bringt. Dieses Schneiden ist auf den ersten Blick schmerzhaft, aber ich sage euch, man gewöhnt sich dran, wenn man sieht die Perspektive. Ich bin einverstanden, dass Gott egal welches Umstand in mein Leben bringt, Hauptsache er macht mich sehend, er macht mir meinen Mangel bewusst und ich werde und kann ihn dann zusammen mit ihm auslöschen aus meinem Leben. Wir brauchen Anfechtung, weil die, die er liebt, die gehen durch Anfechtung, weil durch Anfechtung werden sie im Charakter verändert. Der Glaube wächst Schritt für Schritt, bis sie eines Tages zusammen mit der Geduld zur Vollkommenheit kommt. So ist eines geht ins andere über. Der Glaube wird so sein wie Jesu Glaube. Und die 144.000, die dem Lamm folgen, überall wo sie hingeht, sie gehen durch eine Erfahrung dort am Ende der Zeit, die Jesus nur gegangen ist, als er am Kreuz war, im Zorne Gottes. Und diesen Zorn erleben, die 144.000 in den sieben Plagen. Deshalb haben sie, muss ihr Glaube so vollkommen sein, damit sie stehen. Aber das übt man über Jahre, das kann man nicht von heute auf morgen. So liebst du die Einfechtung, sie mag schmerzhaft sein, aber schau ihren Sinn an, sie soll zeigen, wo dein Glaube ist, sie soll schauen, ob du wächst im Glauben und nimm sie und korrigiere dich, schuldige niemanden an für deine Anfechtung, geh nicht und sag ja, diese Person oder die Person und wer alles, nein, schuldige niemand an in der Anfechtung, die Anfechtung kommt von deinem himmlischen Vater, der dir helfen will, ganz egal, ob es eine Macht ist, die dich anschaut und sagt, du bist doch ein Kind, du bist ein jünger Jesu und du sagst, nein, ich bin es nicht, wer auch immer passiert, wo auch immer die Anfechtung kommt, nimm sie aus Gottes Händen und sie, sie will dir helfen, glauben zu wachsen und Geduld zu üben, das heißt, dass ich muss stückweise, Stück, 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 bis es weg ist und dann haben wir den vollkommenen Glauben und die vollkommene Geduld, ich möchte sie, sollen die Anfechtungen kommen, wie viel sie kommen, Hauptsache, eines Tages kann ich aus Gottes Werkstatt als ein Stein hervorkommen, geschliffen, wie die Bibel sagt, kostbarer, denn jedes Gold von Ophir kostbar, weil die Gnade Gottes mich verändert hat und die 144.000 werden ihm dienen in seinem Tempel und ich möchte einer davon sein. Das ist mein Wunsch und ich gehe ihm nach. Letztendlich überlasse es Gott. Deshalb, was willst du? Willst du gegen die Anfechtung ankämpfen oder wirst du sagen, Herr, diese Anfechtung kommt mir zugute. Ich sehe noch nicht wo, aber hilf mir, dass ich es verstehe. Hier möchte ich beenden und freue mich auf die nächste Stunde, wo wir tiefer graben werden in dieses Thema der Charakterumwandlung, die uns der Jakobus als Knecht Gottes vorschreibt und vorgibt. Amen.